So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu Divine Divinity. Heute das Ziel, auf jeden Fall die Kanalisation von Verdistis durchhauen und dann... Ihr habt alle drauf gewartet. Wir gehen in den Dunkeln... Nein, nein, Schmarrn. Wir gehen nicht in den Dunkeln weiter. Das wäre ja noch schöner. Nein, wir werden versuchen heute Verdistis komplett abzuschließen. Tatsächlich ist das das Ziel. Komplett abschließen. Da ist noch ein Spitzung. Krass. Leichte Nervosität, um ehrlich zu sein. Es ist schon so viel passiert, muss ich sagen. Was ich noch nie in dem Spiel erlebt habe. Also noch nie, nie. Ich war noch nie so weit. Ich habe noch nie... die Kanalisation auch nur ansatzweise so durchforstet. Und das macht mich voll happy. Weil ich... Ich habe schon mal erklärt, dass ich dieses Spiel wirklich einfach nur unglaublich geil finde und es mir mega Spaß macht. Nein, eine weitere Schatzkarte. Ein toter Körper mit einer weiteren Schatzkarte. Und es immer wieder geil ist, wenn man solche Spots entdeckt. Es ist so geil. Wo die großen, hölzernen Zähne sprechen und das kleine Volk regiert. Wo die Heimat der Antike auf die Gebeine der Welt trifft. Ich dachte bisher immer... Es führt an einen Ort. Also, dass die Schatzkarte an einen Ort führt. Nicht jetzt irgendwie... Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass jetzt auch noch... Was ist hier? Also... Nicht, dass jetzt auch noch... Die... Der Schatz irgendwie aufgeteilt ist. Jetzt bin ich ein bisschen, äh... Irritiert, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut. Schauen wir mal. Moin. Was schießt die ein? Bist du das... Bist du das Divinity Pendant? Zu den... Zu den Super Mario Pflanzen, oder wie? Wow. Kranker Sack. Hör auf. Hör auf, man beschießt Leute nicht mit Feuerbällen. Sei doch ehrlich, ihr habt eh schon verloren. Sei doch ehrlich und gib auf. Die Schlacht ist vorbei. Du bleibst ein Lauch. Ich werde gleich wieder sichtbar. Mach ihn weg, Junge. Hau ihn weg. Komm, hilf mit. Du Dreckspatz. Der Cobra-Flügelhelm. Alter, schaut der nice aus. Aber er ist trotzdem viel schwächer als unser jetziger Helm. Leider Gottes. Ich hätte ihn gern benutzt, aber er ist einfach deutlich schwächer. Äh, was haben wir denn da eigentlich falsch gemacht? Nein, das ist nochmal so ein... Ah! Okay. Warte, warte, warte. Wir machen jetzt schnell... Täterin. Aufhören, aufhören. Warum, warum konzentriert sie sich nicht auf den Todeskorpion? Schön. Hänge Blut. Wer weiß, was die hier veranstaltet haben. So. So weg. Paust raus. Das ist dann umso ärgerlicher, finde ich. Das ist dann umso ärgerlicher, wenn du dann so einen Ort findest und dann ist da ein Licht. Oh, kleine Stärke drauf. Können wir uns ernähren? Vorsicht! Freunde, Ian, kommt uns nicht. Niemanden kommt uns. Alle werden unseren Zorn spüren. Ich meine, wenn ich den Bewohnern von Verdistens erzähle, dass wir hier aufgeräumt haben, dann haben wir auch aufgeräumt. Versteht ihr? Ich will nicht, dass an meiner Autorität gezweifelt wird, nur weil ihr nicht sterben wollt. Ihr müsst halt auch einfach mal irgendwie euren Ego wegstecken und sagen, okay, unsere Zeit ist um. Das muss dann halt einfach mal möglich sein. Wenn er wollte. Wenn er wollte. Lass mal kurz die Karte schauen. Wo ist dieses letzte Obergeheimnis? Es müsste in diesem Gebiet hier drin sein. Ja, wobei, das Gebiet schaut relativ gleich aus. Es sind beides so spinnenverseuchte Kloakenorte. So, jetzt aber. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Komm, Spinni. Du willst auch noch kommen? So, es geht gar nicht mehr ab. Ah, da wetzen sie schon die Dolche. Da wetzen sie diese Äbel. Um sich an dem Schlechter der Kanalisation zu vergehen. Aber den Spaß werden wir ihnen nicht gönnen. Wir werden ihnen nicht gönnen. Die letzten, die Hallen der Attentäter. Ihre letzte Bastion. Sie wird genauso fallen. Ja. Und da haben wir sie endlich gefunden. Und die Tomate, die sie uns gestohlen haben. Diese Attentäter. Dieses Geschwärrl. Von Abfall. Schönes Elixier. Immer noch nicht überladen. Jetzt beeindruckst du mich mal wieder. Oh, hi. Freunde. Kein Grund ausfallen zu werden, ne? Ich wollte es gerade sagen. Seit wann öffne ich den Truhen ohne zu speichern? Besonders nach so langer Zeit. Junge. Kein Metallring. Ey, krass. Was schleppt denn der gerade? Der hat gerade richtig Lust. Hallo. Oh, da unten sind noch mal schön Früchte. Da bewahren sie, da bewahren sie ihre Brotzeit auf. Die Attentäter. Gib uns mal. Wenn man so in Saus und Braus lebt, wie wir es tun, dann können wir auch mal die Tränke ein bisschen verschwenderischer nutzen. Ich weiß eh nicht, wohin mit dem Zeug. So, was haben wir hier Gutes? Lecker Äpfel. Lecker Äpfel, ja. Und Tomaten. Und Orangen. Lecker Schmecker. Nom, 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 nom. Die lagern die Art gerecht am Boden, die Tomaten. Und zwar schon seit Jahrhundert. Die Schatten lassen sich immer relativ leicht von dem Todeskorpion ablenken. Die Attentäter überhaupt. So, the last man standing. Das war's. Erstmal ein gesundes, endlich mal wieder ein paar Vitamine, ne? Ein gesundes Mittagessen. Uh, Freunde. Also ganz wert ist es heute durchspielen, wird knapp. Aber die Kanalisation kriegen wir safe durch. Es sind auch gar nicht mehr so viele Häuser, die wir durchhauen brauchen. Also von da ist... Ich will's euch jetzt nicht versprechen. Ich will's euch nicht versprechen, weil am Ende schafft ihr es nicht und dann seid ihr sauer. Aber ich will... Es... Es wäre möglich. Legen wir los. Für die Spinnen kriegen wir tatsächlich noch Erfahrung. Oh, die hängen zusammen, die Gebiete. Oh, mein absoluter Traum. Die kleinen Spinnen gehören auch schon zu den Klarhackenspinnen. Oh, weg da. Es müssen... Es müssen einfach immer Spinnen sein. Es gibt kein Spiel, kein RPG ohne Spinnen oder Ratten oder irgendwie solchem Ungeziefer. Es kann nicht existieren. So, jetzt sind wir aber... Komm, jetzt ist es soweit. Aber, aber ich kann dir echt keinen Vorwurf machen. Ich kann dir echt keinen Vorwurf machen. Du hast so gekämpft. Du hast so gekämpft für deinen Standpunkt. Ich bin wirklich... Ich bin stolz. So. Schade drum. Äh... Das schaue ich mir nochmal an, wenn wir soweit sind. Ja? Ja. Alle magischen Ringe müssen von uns verwahrt werden. Da schau einer an, wie leer das Inventar auf einmal wird. Richtig angenehm. Das ist mager. Das ist mager, da Odin. Wenn das Inventar nicht mehr ganz überfüllt ist. Kannst du mal weggehen. Ich will die einsammeln. So, hier unten muss irgendwas sein. Riesen-Kloakenspinne. Warum? Warum können es nicht irgendwie Riesen-Kloaken-Schmetterlinge sein oder so? Irgendwas angenehm ist. Es müssten Spinnen sein. Ah. Hallo? Reift ihr an? Nein! Unser Killer-Skorpion ist verpackt. Die ist in der Wand. Nein! Oh, ist das ärgerlich. Na gut, dann können wir jetzt auch heimgehen und schlafen. Ich habe eigentlich nur... Pfff. Hahaha. Gott. So ein Scheiß. Ja, doch. Das ist es mir wert. Der Zauber kostet auch nicht so viel. Das ist noch eine. Ob es mir das wert war? Doch, ja. Eindeutig. Ich werde diese... Diese Höllenbrut... Und das sind Spinnen einfach. Diese Höllenbrut werde ich von diesem... Wirklich aus dieser Welt... Wegtilgen. Die wird nicht mehr existieren. Ich werde alles... Ah. Was? Natürlich wird die Riesenbiester noch nicht reichen. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, diese Kreaturen aus diesem Spiel endgültig zu verbannen. Alle. Jede. Jede noch so kleine Spinnenlarve werde ich vernichten. Und das Schöne ist, ich brauche dafür keine Erklärung. Weil es einfach, weil mich jeder versteht, der eine Spinne auf den Deckel gibt. Ganz einfach. Nicht kaputt gehen, brauchte ich noch. Hier ist glaube ich gar nichts. Ich glaube wirklich, dass hier nichts ist. Du willst mir jetzt... Du willst mir jetzt erzählen? Das hier. Die Edelsteine. Die Edelsteine... Da... Dafür haben wir uns da durchgehauen. Für Edelsteine. Also die Spots, die auf dieser Karte markiert waren, waren die enttäuschendsten von allen. Der tote Körper wurde nicht markiert. Es wurden Haufen Sachen nicht markiert, die man so gefunden hat. Es waren auch irgendwo besondere Kreaturen an manchen Orten. Aber die, die markiert waren, waren im Prinzip so die langweiligsten und unnötigsten Orte. Oder? Stehe ich mit meiner Meinung jetzt alleine da? Ne, es gibt hier auch nichts mehr. Ich bin dezent frustriert. Ich hatte mir... Ich hatte... Weißt ihr? Ich mach das... Also... Deep Talk zwischen uns. Ich hab das ja nicht gemacht mit dem... Ich hebe mir das jetzt zum Schluss auf, um euch zu ärgern. Sondern ich hab ja selber auch... Ich kenn ja diesen Spot nicht. Ich hab ja auch für mich gedacht, da kommt jetzt irgendwas Geiles. Irgendwas... Nettes Abschluss. Den heben wir uns für ganz zum Schluss auf. Aber da war einfach nichts. Also so gar nichts. Und das... Das fuchst mich gerade so ein bisschen. Okay. Das war aber kein großer Hunger heute, mein Freund. Müssen wir da noch öfter hinkommen und uns hier an ihrem Vorräten vergehen. Stopp. Kann sein, dass ich den Ort immer verdrängt hab? Echsenwesen haben bekanntermaßen eine große Vorliebe für scharf gewürzte Kost. Ein Vermächtnis ihrer... In der Wildnis lebenden Vorfahren. Die einzige Schwierigkeit bei der... Achso. Schon. Kennen wir schon. Ja, was soll ich sagen? Also... Leichte Frustration. Wir haben uns hier wirklich den Arsch aufgerissen. Um... Den Leuten von Verdistis ein anständiges Leben zu ermöglichen. In dieser... Verruchten Stadt. Ich bin überladen. Oh, ich bin überladen. Oh, das ist... 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 Oh, das ist einfach zu schwer für mich. Also das Ergebnis daraus ist wirklich, wirklich ernüchternd. Sag ich ganz ehrlich. Das frustriert nicht, glaube ich, nur euch. Sondern das frustriert besonders mich. Jetzt ist auch noch seine Kohle weg. Also Leute, jetzt bin ich dann langsam... Ich bin langsam... Äh... Untertitelung des ZDF, 2020